Oh, Alter, was ne Bowling-Cool! Was? 1.000 Euro, wer hier die Autolawine überlebt in GTA 5 und damit, hey und Leute, Crymex hier, was geht ab, ihr Paul Berger. Heute sind wir mit Russik, Abir und Stadi in GTA unterwegs und heute bekommt der YouTuber 1.000 Euro, der es zuerst schafft, die Autolawine zu überwinden. Leute, seid ihr bereit? Let's go! Oh mein Gott, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, 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 hier ist eine Autolawine vor uns und wir müssen hier komplett ausweichen. Oh mein Gott, ach du Heilige! Nein, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, ist das krank, ist das crazy? Oh mein Gott, ist das krank. Hindernis sehr gut, sehr gut. Ich hatte der Bus, aber er wich schallig. Oh mein Gott, ich habe mal nicht. Ich bin hier nach oben katapultiert, Jungs. Ey Jungs, ich bin vom Motorrad gefahren, weil ich ins Wasser gefallen bin. Oh mein Gott, ja! Stani beiseite, du Schmalspur! Alter, was soll das? Ich habe einfach Stani überfahren. Hä, aber wie kannst du hochfahren, Max? Bei mir hatte mein Motorrad gar nicht genug Power. Ja, du musst links rechts da lang fahren. Ja, stimmt, stimmt. Also wenn ich jetzt zu lang gerade mache, geht es auch nicht, aber man muss hier so links... Oh mein Gott! Oh! Ey Bro, das ist zu krank. Also wer diese Lawine hier überlebt, Leute, das ist so geisteskrank. Die Jungs sind hier wenigstens runtergefallen. Oh! Nein, bei mir läuft noch, Stani läuft hier auch noch entlang. Ach du Heilige, wie viele Busse kommen hier runter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich wurde überrollen! Ach du Heilige! Oh! Oh mein Gott, hatte ich gerade Glück gehabt. Kann man eigentlich zu Fuß jetzt oder nicht? Oh Gott! Ja, ja, kannst du. Kannst du auch zu Fuß gehen? Oh! Oh! Ey Bro, das war so knapp hier bei mir gerade. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, bin ich gut! Oh! Wo kommt das Ding jetzt hier her runtergerollt? Also ich war gerade wirklich drüber. Ach du Heilige! Ey Bro, auf einmal eine Sache fällt hier einfach so vor mir. Ey, ich hab's gleich geschafft! Ich hab's gleich geschafft! Ich bin der Beste! Nein! Ich bin der Beste! Oh! Was, 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 was? Ey, oben spawnt gar nicht mehr so viel, ne? Oh, la, 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 la! Oh mein Gott, wir schaffen's, Leute, wir schaffen's! Ja, ihr seid halt kleine Noobs! Hahaha! Bro, ich hörte die ganze Zeit von Zügen. Ihr seid kleine Noob-Youtuber! Ey, Max, wir sind in einem Team, das ist gut! Ah ja, stimmt, stimmt! Oh, Stani und ich sind ja in einem Team, Leute! Okay, Stani, ich hol den Win für uns! Ein Bro, Brüder! Ein Bro! Hey, warum ist Amir so schnell? Nein, Amir ist auch da! Nein! Amir, geh weg! Puss, 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 puss! Ich hoffe, du wirst getroffen, Amir! Ich nicht? Oh, sag ich hol uns den Win! Nein! Ey! Das ist gerade mal der Punkt, Bro! Was war was hier? Nur Glück, dass er auf einmal so schnell ist! Warum auch immer! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh, nein, 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 nein! Amir hat wirklich den Trick raus! Man muss hier irgendwie so Schlangenlinien fahren! Echt? Echt? Ja, Max! Nein, nein, nein! Ey! Als ob Amir jetzt hier den Win holt! Das sah doch viel Glück für uns aus! Let's go! Warte mal! Warte mal! Es geht hier weiter, glaube ich! Ja, wie? Man muss Auto wechseln! Oh mein Gott! Was? Capture Van from the top! Wie? Man muss jetzt hier Auto wechseln? Das ist erst Level 1? Oh mein Gott! Geht's noch weiter, oder was? Ja, ja, dann geht's weiter! Oh mein Gott! Du heilige! Catcher Van from the top! Oh mein Gott! Ich schaff das ja nicht mal jetzt hier schon! Oh mein Gott! Okay, 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 okay! Äh, du Blue Base! Man muss die Vans, glaube ich, in seine Base fahren! Let's go! Und dann kriegt man einen Punkt! Okay, ich verstehe! Okay, ich hab noch abgeliefert! Ich hab abgeliefert! Ja, wir haben auch einen Punkt! Ey, Amir! Alter! Bro! Komm her, Amir! Komm her! Hier oben muss man sich noch verprügeln! Aua! Bam! Aua! Aua! Ey, wie habt ihr das Gefühl? Max, ich bin nicht oben! Ich bin nicht oben, Max! Ah! Max! Nein! Wir haben den Punkt nicht bekommen! Ja, weil man dann... Ach, dann muss man sich prügeln! Oh! Nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haben wir jetzt den Punkt? Ich bin jetzt wieder unten! Ich bin mir grad nicht ganz sicher! Okay, super! Ach du heilige! Okay! Ich bin aber nicht oben, Max! Ich bin nicht oben! Ja, und du musst Amir dann wegkloppen! Gut, das Ding hier hat schon ein bisschen Damage, oder? Ja, ja, er hat schon Damage! Ja, ja! Nee, ich bin nicht oben, ich bin nicht oben! Komm, du mal! Sehr gut, sehr gut! Sehr gut, Stani, machst du das? Okay, Leute, wir müssen uns hier hochkämpfen! Ah! Ich bin nicht! Nein! Ey, Mann! Oh mein Gott! Ah! Ich wurde wieder voll sicher! Ey, ich hab so eine krasse Taktik hochgekommen! Oh mein Gott! Das ist zu heftig! Hast du eine gute Taktik? Über die Taktik! Oh, oh! Ach du, ey, Bro! Was kommt denn hier? Alles runtergeregnet! Ja, okay! Ja! Bro! Ich werd komplett woanders hingeschlagen! Ey, okay, okay, das war's! Das war's doch! Ja, muss ich! Ach du heilige Freunde! Ich bin oben! Okay, Stani, hau Armin weg! Ja, ich bin gleich Armin! Armin! Ich bin leider schon weg! Oh mein Gott! Ja, man muss sich umbringen, um zu respawnen! Ja, Armin zerstört die ganze Zeit irgendwelche Vans, Bro! Ich weiß auch nicht, was da der Sinn davon ist! Fazit ist, wir müssen Stani schlagen! Ja, Fazit ist, ich bin jetzt erst mal oben! Sehr gut, sehr gut! Du musst da jetzt ein Van reinfahren! Ich glaub irgendwie, das ist so... Ja, und dann irgendwie... Nee, du hast... Nein, nein, dein Punkt zählt, Max! Dein Punkt zählt sogar! Ah, der Punkt... Okay! Ey, ich wurde schon wieder getroffen! Und das Ding ist, wir haben jetzt zwei Punkte dann! Ey! Ey, Leute, ich muss da jetzt unbedingt wieder hochkommen! Armin hat dich platt gemacht schon wieder! Wie, er hat mich platt... Nee! Dann war's Anzeigefehler! Dann war's Anzeigefehler! Das war Anzeigefehler! Die Frage ist, lohnt es sich mehr zu laufen oder auf dem Moped hier zu fahren? Guck mal, Max, wir haben zwei Punkte, Bro! Ja, stark, stark, stark! Ja, aber wie kann ich... Muss ich mich jetzt killen, oder was? Nee, ich glaub, du musst da oben mal... Halte mal die Position da oben! Nee, 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 nee! Ich muss mich killen, Bro! Weil ich muss so... Ah, wir haben zwei Punkte, Bro! Okay, okay! Ja, es geht einfach nur darum, wer zuerst das Ding hat... Nein, nein, nein! Ey, Bro! Ich weiß nicht, wie ich's das erste Mal hoch geschafft hab! Ich schaff's grad gar nicht mehr hoch! Oh mein Gott! Da kam ein Bus aus dem Himmel auf mich geflogen! Oh mein... Dani, bist du gestorben? Weißt du, dass du dir gefallen bist? Ey, Digga! Ist das krank, ist das krank! Ist das hier krank, Leute! Man kann sich einfach abblenden! Ey, nein, nicht schon wieder der Bus! Bro! Ey, ist aber echt ausgeglichen! Gerade 2-2! Wer schafft's zuerst hier? Bro, ich wurde komplett hier nach unten katapultiert! Ja, es ist... Es ist crazy! Es ist wirklich crazy! Es ist auch so unberechenbar, wie die Dinger hier fallen! Man kann das gar nicht irgendwie berechnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das knapp! So, ich wurde endlich eliminiert, Bro! Jetzt bin ich weg, Max! Sehr, sehr stark! Sehr, sehr stark! Konzentrier dich an! Wir konzentrier dich, Junge! Ah, mir und Rusty! Ey, äh, denkt dann, wir müssen uns 1000 Euro geben, wenn ihr verliert, ne? Ja! Das Verlierer-Team müsste dem Gewinner-Team einen Tausender geben, ne? Wir verlieren aber nicht, hä? Bro, ihr werdet jetzt voll von dir, weil ich bin gleich wieder oben! Sehr gut, Max! Das wird dir nichts bringen, denn wir sind gleich beide wieder oben! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss hier gerade so Ausweichmann übermachen! Ey, Max, gibt's irgendeine Taktik, wie du hochkommst? Also... Du musst zu Schlangenlinien f... Du musst zu Schlangenlinien fahren, Bro! Nein! Gut geht! Gut geht! Oh nein, da kommt ein riesiger Müllwagen! Oh mein Gott, ich bin unten durch! Du musst immer so hin und her, Bro! Okay! Weil dann wirst du wieder schneller quasi, weißt du? Ich bin vor Max! Ich bin vor Max! Ich bin wieder vor Max! Ja, toll! Fühl dich nicht an! Du wirst auch noch getroffen! Max weiß nicht, mit wem er sich anlegt hier! Bro! Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch hier angelegt habt! Jungs, das ist New School gegen Old School! Aber ihr seid nur alt, Jungs! Ihr seid Geschichte! Russik und nicht in Zukunft! Alter, wir spielen 20 Jahre GTA-Erfahrung, Junge! Ja, die spürt man auch, so alt ihr seid! Ein Bruch, Brüder! Ein Bruch, Brüder! Ein Bruch, Brüder! Oh, 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 oh! Nein, 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 nein! Alles ist gut! Lieber Bus! Süßer Bus! Okay, Russ, ich schmeiß gleich oben! Ich schmeiß gleich oben, Russik! Sehr gut, Bro! Sehr, sehr schlecht, Bro! Sehr, sehr schlecht, Bro! Sehr schlecht, Bro! Sehr schlecht, Bro! Irgendwie hat Armin eine bessere Taktik! Der kommt irgendwie schneller hoch als mich! Ich weiß nicht warum! Was ist wenn wir Max erledigen, bevor wir zum Van einsteigen? Dann haben wir ihn komplett Tops genommen! Das geht gar nicht! Das ist nicht geil! Kannst du ihn überfahren? Stimmt gar nicht! Alter! Ey, ich werd die ganze Zeit runtergedehnt! Ey, jetzt wollt ihr hier schon überfahren, oder was? Ihr Ekligen! Muss ich gleich probieren? Ich weiß nicht! Du kennst eigentlich wann? Weil ich hab ihn auch überholt! Ich bin voll! Ich bin voll im Junge! Oh nein! Also ich weiß echt nicht, wie die das hier machen, dass sie so schnell sind! Ich drück hier auch voll durch! Vielleicht muss ich öfter Schlangen nehmen! Sind das vielleicht getunte Motorräder, die ausgedehnt hat? Sicher? Ja! Bro! Armin, du kleiner ekliger! Nein! Hast du ihn runtergeschubst? Hast du es geschafft? Bro! Natürlich hat er es nicht geschafft, der Bumi, ey! Warte, warte, warte! Ich hab ne Idee! Rustig! Rustig, warte! Wir dürfen nicht einsteigen! Bro! Ey, Stani, die wollen nicht hier oben vom Einsteigen hindern! Ist das, ist das Wahre, Bro! Ich kann nix machen, Bro! Ich kann nix machen! Ist das schade! Alles gut! Schade, dass ihr so mit solchen Mitteln spielt! Er muss in deinem Van, Bro! Ich schäme mich hier leider für euch! Schade, mich nicht aufzuhalten! Ja, nein! Nein! So, ihr kleinen Noobs! Hahaha! Alles gut! Er wird nie ans Ziel kommen! Alles gut, Stani! Die zwei Noobs können mich nicht aufhalten! Alles gut! Sehr gut! Aber das Problem ist, die machen halt jetzt zwei Punkte! Das ist ein Problem hier! Ja, Bro! Wir sind doch beide da! Ne, lass dich nicht auf die Schnauze hauen! Ne, komm her, komm her, Rossi! Komm her, komm her! Ja, lass gleich von ihm! Ah! Ey! Ich hoffe, ich komme jetzt auch nach oben, Max! Danke, Max! Danke! Ich kann schnell respawnen! Danke! Danke für schnell respawnen! Alles gut, alles gut! Okay, gut, 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 gut! Ey, die haben schon vier Autos! Mann! Nein! Nein! Stani! Let's go, Rossi! Nein, du musst uns beeilen! Nein! Wir haben schon vier Autos oben! Wir haben schon vier Autos oben! Okay, Bro! Wir können das gut schaffen, Amir! Nein, ich gönne ihn nicht, Leute! Ich gönne ihn nicht! Das ist das Problem! Oh mein Gott! 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 Du bist gar nicht ausgewickelt! Das Ding ist einfach an dir vorbei gewesen! Alter! Bro, Amir fühlt sich wirklich zu krass! Bro, Amir denkt wirklich, er wird hier irgendwas bewegen, Junge! Also, ich will nicht sagen, Stani, aber mach nur erstmal deinen zweiten Punkt, bevor du hier redest, du Loser! Ja, mach ich schon jetzt auch! Loser! 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 Ey! Lass mein Team-Mate in Ruhe! Ein Bluch Loops! Ein Bluch Loops! Oh mein Gott! Okay, 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 okay! So wollen die hier spielen! Okay, okay, okay! Amir ist mit Stani gebrechen, oben, mit Ben! So, machen! Der hat mich echt überholt! Okay, der hat mich echt überholt! Oh, ich habe jetzt eine geistig kranne Taktik, Max, aber ich kann es dir nicht sagen! Ja, alles gut, alles gut! Balls für dich, Balls für dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Amir wurde getroffen! Nichtig! Oh mein Gott! War das lucky! Bro! Bro! Mann ey! Ich bin wie nauben! Die Busse, die aimen auf mich! Max, weil du ein Busfahrer bist! Ich hab auf jeden Fall die Meter raus! Hä? 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 Monster willst du raus verloren? Hey! Die Zeit ist am gelaufen! Oh nein! Ja! Okay, Let's go! Nächste Runde! Kommeland! einbruch brüder ist das krank ist das kann das wird immer heftiger toll mein motor ist ersoffen und ja okay super das fängt ja schon mal richtig gut an hier vielleicht habt ihr mehr glück jung nein 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 ja ich bin schon verpackt danke bro was für verpackt du bist einfach tot jetzt bin ich tot ich bin die ganze zeit im back runtergerutscht ja sehr gut sehr gut sabotiert wichtig 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 sehr gut sehr gut stanni wichtige meter sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut oh mein gott wichtig 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 und ich bin direkt hinter der stanni kommt das wird uns und einfach ein müllwagen von rechts schiebt und komplett nach links holt mich mit das wird uns das wird unsere runde kann ich sagen wie viel glück diese noobs haben ja das ist skill bros skill oh mein gott direkt stanni direkt zwei punkte direkt zwei punkte richtig und wichtig richtig und wichtig gas geben wichtige meter wichtige meter machen wir hier das war ja so technical du jetzt richtig überfahren direkt und überlegt ich habe jetzt noch eins über runde das ist vorbei haben wir und rustig wissen gar nicht wo vorne und hinten ist gerade das vergisst ihr ja toll wenn ihr jetzt 1 0 habt super freut euch ja das ändert gleich 2 0 jetzt hier zack ja hast recht gleich 2 0 nach der runde hier haben wir das geld früher abbrust immer früh feierabend wo der ist guck mal die sind immer noch nicht oben ich überrunde die gleich ich überrunde die gleich checkst du das die werden ja wirklich auch die anderen beiden haben werden es eingesammelt aber egal was ich überrunden ihr habt uns nicht überrundet jeder hat sich einmal gegenseit einmal können wir nicht können wir nicht okay oh mein gott die einbruch brüder zu packt du kannst mich nicht schauen so let's go go leute let's go max kraft mal wer gerade wieder oben ist ja und rat mal wer hinter dir ist und jetzt auch um ist ja ich bin auch oben wir machen wir haben doppelt vorsprung ich glaube ich habe sogar die punkte oh mein gott ich glaube ich glaube auch wenn wir so weitermachen machen wir die punkte voll hier die machen die points voll werden gleich stehen werden wir werden gleich sehen warte ich bloß ich decke ich würde ich würde ich drohte doch 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 klar stimmt ein bisschen team jetzt ich weiß gar nicht was die anderen da farz sind wir haben so ein zeit fois wir haben zwei punkte vorsprung was du ja gut das war sehr sehr gut Sehr, sehr gut. Das war's. Nächste Runde geht an die Einbruch, Brüder. Nein, Bro. Nein, nein, nein. Bro, einer hat mich so eckig runtergefügt gerade. Ach, Stani. Oh, Mann. Rede bitte nicht, rede bitte nicht. Oh, Mann, Stani. Max, wie sieht's bei dir aus? Bro, ich mach so Meta gerade. Oh mein Gott, ich mach Marathon. Die checken nicht, was abgeht hier gerade. Bro, ich überhole Russack. Ich überhole Russack, Bro. Ja, ich hab Russack überholt. Sehr gut. Ich weiß doch nicht, warum ist die Runde mein Motorrad schneller? Bro, ich sag dir echt, meinst du auch schon als letzte Runde? Vielleicht haben die wirklich so Tuning-Bikes oder sowas? Keine Ahnung. Wo ist Armi, wo bist du? Ja, gleich wieder oben. Ich hole Armi ein, Bro. Ich bin direkt hinter Armi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, wo denn? Bro, ich bin direkt hinter Armi, Bro. Ne, bist du nicht. Ich guck nach hinten. Was laberst du? Natürlich. Du bist noch locker 100 Meter entfernt. Oh mein Gott. Bro, ich hab Armi eingeholt. Ja. Ich hab Armi eingeholt. Sehr gut. Wichtig, 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 wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich hab ihn, ich hab ihn erfahren. Nein. Bei den Vans oben überfahren. Nein, nein, nein. Hat er nicht, hat er nicht. Aber ich hab ihn überholt, Bro. Ich hab ihn überholt. Und Armi, du sagst, du bist besser? Hä? Ich bin doch besser als du. Ich hab dich grad überholt. Egal, ich bin langsam gefahren. Ich bin zehnmal besser als du. Aha, aha. Sehen wir ja. Guck mal, ey. Wir können ja nach der Runde gucken, wer gewonnen hat. Und der ist der Beste. Ja, aber no hate jetzt. Gerade no hate. Aber ich hab dich... Du hast eben noch irgendwie angegeben, dass du schon buggekommen kommst. Okay, Stani, ich bin auch wieder oben. Ich bin auch wieder oben. Oh. Max überfahren, ich überfahren. Ja, warte. Der eine, der ankommt, ist Russik gerade. Nein, Russik hat mich blatt gemacht. Ja, Russik hilft uns sogar, Ehre. Russik! Ey, ich hab den falschen überfahren. Danke, Russik. Russik! Ich hab den falschen überfahren, Bro. Aber hat Russisch überholt, ey, Max? Ja, er hat mich überholt. Aber egal, Bro. Alles gut. Ich bin jetzt auch oben. Van abgeliefert. Sehr, sehr gut. Und somit sind wir wieder zwei Punkte im Voraus. Okay, Russik. Ja, wir müssen jetzt schnell machen. Hä? Nee, warte. Ich sag dir so. Der Van wurde nicht richtig abgeliefert. Warte. Was? Ich hab mal zu. Nein, alles gut. Jetzt hab ich den reingefahren. Man muss aufpassen, dass man in die richtige Position fährt. Okay, wichtig, 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 wichtig. Mit zwei Punkten, ne? Ey, Stani, checkst du das? Noch zwei Punkte? Dann haben wir die Runde hier beendet. Ohne das Zeitlimit auszureizen. Oh, ich fahrradigen Gott. Oh mein Gott, der Bus kommt. Oh Gott, das war's. Nein, ich sterb nicht. Komm. Komm. Max, ich bin wieder oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn du jetzt hochkommst, haben wir das Ding zugemacht. Dann haben wir das Ding zu, dann haben wir das zu. Okay, okay, last run jetzt, Leute. Komm, komm, komm. Digga, stirb doch. Wir machen jetzt Comeback. Comeback des Jahres. Comeback. Ey, das läuft doch alles falsch. Guck mal, Bro, was wir grad mit dem machen, das ist nicht mehr normal, ne? Bist du schon oben? Ja, ich wurde getroffen, GG. Ich wurde von irgendwas getroffen. Was wir grad mit euch machen. Also Bro, das ist wirklich, das ist Zerstörung. Das ist wirklich Zerstörung, was hier gerade passiert. Du, ich mach gut. Ihr seht ja gar nicht mehr durch. Ihr seht ja gar nicht mehr durch. Ja, ich explodier. Geil. Digga, mein Motorrad auf einmal explodiert nur noch. So, Max, bin wieder drinnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siehst du, Abi, Bro, wenn ich jetzt Abi nochmal überhole, hab ich die dreimal, zweimal überholt. Aber ich bin explodiert. Oh mein Gott, nein, mich hat's kommt mit Untergrund. Wir machen psychologischen Vorteil einfach in der letzten Round, weißt du. Nein, 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 nein. Die denken sich so, die denken sich so, okay, cool und so, aber in Wirklichkeit gar nicht cool. Wir werden die doch platt machen, Alter. Das sind Rentner, die jetzt eine Runde mal Glück haben. Junge, die werden jetzt nicht einmal volle Punktzahl schaffen. So nirgendwo, dass sie mich sagen. Okay, also ich hab reingeschockt, Stani, es hängt an dir. Sehr gut, sehr gut. Zeig es an dir, Bro. Ich fahr jetzt, ich hab Oma Abstand geliefert schon. Ich fahr jetzt von unten wieder los. Let's, ein Point noch, ein Point müssen wir noch machen. Da, Russack ist wieder runtergejumpt. Amir, überhole ich ja. Bro, ich überrunde jetzt Amir das zweite Mal. Überrundet. Bro, Amir wirft einfach Molotow-Cocktails. Checkt ihr das, der Eklige? Bro, checkst du das, dass ich Amir das zweite Mal überrundet habe? Nein, Digga, ich bin die ganze Zeit von irgendwas getroffen. Oh mein Gott, Amir. Ich hab, was sagst du jetzt da zu Amir, zweimal überrundet? Du hast Glück, ich hab gar nicht mehr drauf geachtet, du Noob, Alter. Wart ab. Ich werd dich heute so fertig machen, dass du bei deiner Mama weinen gehst. Bro, äh, merkt mal gerade, ich habe hier, ich habe vier Punkte, Abi, du hast gerade mal zwei. Und jetzt mach ich meinen fünften Punkt. Ich hab drei Punkte mehr wie du. Oh mein Gott, Stani, nice, 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 bin auch da. Ich bin wieder oben, Max, ich bin wieder oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin wieder oben, mein Headset kaputt, mein Headset kaputt. Mann, Veroniqueimo. Mann,asion, weinen! ... chamber weinen! Oh mein Gott. Ey, Russack hat oben gekämpft, der eklige. Let's go! Ey, Russack, du ekliger. Aber ey, Stani , alles gut, ich bin oben im Backs. Mann! Ist egal, Russack, egal, egal, hat dich gelohnt. Ich hab mich in der Quelle gesetzt, aber nicht vorgebracht. So, und jetzt schaut euch an, wie wir den Ausgleich holen, Leute. Punkt. ICH will auch hier oben, Max. Punkt für uns. Alles gut, Bro. Alles gut. Wir haben fertig gemacht. Fertig. Jetzt geht es. Zweite Runde geht da los. Oh mein Gott, Leute. Neue Runde. Neues Glück. Alter, da warst du Bowling gut. Oh mein Gott, das wird schwieriger. Jetzt wird es schwieriger. Ich glaube, das wird immer schwieriger, ja? Nein. Ach, du heilige, Bro. Oh mein Gott, ich wurde gekillt. Ich wurde gekillt. Ich wurde gekillt. Bro, Bro. Ich werde unter Wasser getrieben. Ich sterbe nicht. Haha. Sehr gut. Sehr, sehr gut für die Zeit. Bei uns läuft es wieder. Wir machen Best of Three. Nein, nein, nein. Ich wurde runtergepusht. Bro, bei uns läuft es sehr gut, Max. Sehr gut, sehr gut. Es läuft es, läuft es, läuft. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und immer schön Linien. Und die Linien, und die Linien. Oh nein. Und den Hüftschwung. Man muss den Hüftschwung machen. Den Hüftschwung. Sehr gut, Max. Wir müssen jetzt hoch. Wir machen jetzt direkt mal schön unsere ersten zwei Punkte. Und dann wissen die nämlich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Bro, kann es sein, dass es jetzt viel mehr Zeug ist? Ja, es ist viel mehr Zeug, es ist viel kranker, was jetzt hier abgeht. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich bin komplett runter. Max, ich wurde leider auch gebrochen. Ich wurde komplett, ich bin komplett runter. Jawohl, jawohl, jawohl. Stannis down, Stannis down. Mayday, Mayday. Officer, Officer verloren. Ich bin nicht abgestiegen vom Motorrad, damit ich direkt sterbe. Oh mein Gott. Damit ich wieder respawn kann. Oh mein Gott. Du, ey, da kommt viel mehr Rumpfe. Das wirklich kann. Also, dass ich das hier noch überlebe. Russisch überholt mich schon wieder. Ich weiß echt nicht, wie die das machen. Wir sind einfach alt, Stannis. Wir sind nicht mehr so schnell wie die Jungen. Nee, nee, ich war schneller wie die Freunde. Ich war schneller als ich. Doch, doch war ich, bro. Ich hab das Spiels eingeholt. Oh mein Gott, Bro. Ich hab hier gerade so eine Taktik. Oh, Max, ich komm gut hoch. Ich komm gut hoch. Sehr, sehr strong. Wo bist du, Max? Ja, relativ weit oben, aber Russisch ist auch da. Oh mein Gott, natürlich spawnt einer direkt über mir. Army wurde runtergekickt. Gott, mein Gott. Wichtig, taktisch wichtig. Oh mein Gott. Wir machen gleich zwei Punkte. Sehr gut, ich bin schneller wie Army. Problem ist nur, dass Russisch vor mir ist. Ich weiß nicht, warum der ist irgendwie schneller, der Junge. Bro, bei mir spawnt die ganze Zeit irgendwas auf mich drauf. Oh mein Gott. Army heult. Oh mein Gott, Russisch dauer. Wichtig, wichtig. Nein, ich bin aufgesprochen. Oben ist halt ein bisschen eklig, weil da die Sachen so auf einen einfach random runterfallen können. Bro, bei mir ist komplett random auf mich draufgefallen. Ey, Max, wir haben gleich meine zwei Punkte. Ja. Big Vorteil, big Vorteil. Guck hinter dir. Big Moves, big Moves, Bro. Nein, Max, pass auf. Ich kann nicht gucken, ich kann nicht gucken. Ich bin fokussed, Bro. Ja, vor dir, vor dir, vor dir war gerade was. Alles gut, alles gut. Bro. Oh mein Gott. Digga, nein, der Busbrett hat ihn nicht. Ja. Ich bin noch da. Oh Mann, Danny, wer hat Wehen überholt. Ich bin noch da, ich bin noch da. Hat mich nur ein paar Meter gekostet. Was? Army ist auch weit oben. Ja, Army ist auch weit oben. Danny, du musst voll im Up-Safe. Wir knüppeln ihn. Wir knüppeln ihn. Aber wichtig ist, Bro, vielleicht kannst du ihn davon hindern, in den Van einzustellen. Vielleicht kannst du ihn überfahren. Ist das. Ey, wie bitter bin ich da. Ist das hier, Crack, Leute? Wir schwitzen hier wirklich um unser Leben. Bin Van drin, bin Van drin, bin Van drin. Nein. Richtig. Ja, ja, ist ein Van drin, Bro. Egal, bist du auch ein Van? Ja, ja, ich brauche. Egal, mach Punkt, mach Punkt, Bro. Alles gut. Mach Punkt. Und knüppel ihn nicht weg. Knüppel ihn nicht weg, weil dann ist er schneller unten noch zu. Und er kann schneller hochfahren. Ey, das ist so krass. Das geht ja hier auch noch auf Zeit jetzt. Ich bin vor Army drin. Das ist so schlimm. Digger, du hast gesehen, wie ich überholt habe, stand ich. Du musst dich jetzt schnell mit dem Molotow-Cocktail killen. Easy. Easy. Egal, ich bin auch oben. Zweiter Punkt, zweiter Punkt für Team Paul-Berger. Ne, die Loser. Und wichtig, Leute. Zweiter Punkt für Team Paul-Berger. Danke, Stunny. Danke, danke, danke. Stunny hat mich einmal geschlagen. Hä? Du hast mich einmal geschlagen. Ja, das ist nicht schlimm. Wichtig, wichtig, wichtig. Guck, zweiter Punkt, zweiter Punkt. Army sehr cringe. Zweiter Punkt. Das sind die Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Brüder. Einbruch, Brüder. Schnell mit Molotow-Cocktail. Leute, daraufhin kommen wir nicht. Wir haben uns beide weg. Komm, komm, weiter, weiter, weiter. Ey, Bro, ich spawn gerade und da kam alles runter. Ich konnte nirgends so weg. Ich konnte nirgends so weg gerade. Army, ich habe Ausgleich gemacht. Gönne ich euch leider nicht. Muss ich leider sagen, gönne ich nicht. Warum? Gönne ich auch nicht. Warum, Jungs? Sagt einfach, dass ich besser bin. Ist egal, Max. Wir haben trotzdem einen sehr, sehr krassen Vorteil, weil wir viel früher oben waren. Ja. Ja, Bro, weil wir jetzt schon wieder auf der Strecke sind. Wollte ich gerade sagen. Boah, Army kann nicht mal einfachste Dinge in seinem Kopf zusammengelegen. Ich bin auch wieder auf der Strecke. Ich hole den Punkt jetzt und ich mach das doch gar nicht. Ich glaube, alles gut. Alles gut, Stani. Lass einfach, Army, check das. Aber ein Boost entscheidet alles. Bro, vor allem, wir wissen auch nicht, wie weit die Zeit abgelaufen ist. Hier steht ja nichts. Stimmt, stimmt auch wieder. Das heißt, es kann jederzeit vorbei sein. Es ist ultra wichtig, dass wir einfach jetzt hier noch einen Punkt machen. Max, ich bin direkt hinter dir. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir machen, Bro, wir machen das. Wir machen das. Nochmal jetzt schön Double. Bro, wir machen jetzt schön Progress. Schön Progress. Gim Progress. Gim Progress. Gim Progress. Gim Progress. Auf entspannter Reno. Oh mein Gott. Max, jetzt fahren wir hoch. Es ist aber auch so. Ich bin wieder oben, Rössig. Ich bin wieder oben. Ja, stark. Es ist aber auch so satisfying. Ich bin wieder oben. Ich habe Schammi kurz gezeigt, wie man am schnellsten ist. Ja, Junge, ich bin direkt hinter dir und ich bin dreimal runtergefallen. Ich bin jetzt halt Hates oder so, aber was du gerade abziehst, ist halt eine große Lachnummer. Alter, hatte ich gerade Glück. Ich bin oben. Max, ich bin oben. Oh mein Gott, ich wurde getroffen. Mayday, Mayday, Mayday. Wichtig, wichtiger Treffer. Nächster Punkt, nächster Punkt. Wichtig. Wieder am Führen, wieder am Führen. Egal, wir machen auch einen Point. Wir machen auch einen Point. Max, bist du oben, oder? Noch nicht, noch nicht. Aber bist du hochgekommen? Ja, ich bin so, ich würde sagen, 70 Prozent gerade der Strecke. So, Maxi, nimm doch mal einen kleinen LKW mit auf euch. Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Ich habe noch einen Punkt, ich habe noch einen Punkt, ich habe noch einen Punkt. Rössig, ich habe noch einen Punkt. Ja, das wäre eigentlich zeitlich perfekt, oder? Das Ding ist, du musst auf jeden Fall vor Rössig hochkommen, Maxi. Ja, ja. Wo bist du denn gerade, Rössig, hä? Aber er ist ziemlich hinter mir, oder? Du, also ich sage mal so. Oh mein Gott. Ich bin nicht nur hinter, Max. Ah, okay, es neben mir, es neben mir, es neben mir. Let's go, Rössig, richtig, richtig, richtig. Ey, oh mein Gott, das ist so ein... Nein. Das wird so ein Ausgleich. Ich bin vormaxum, ich bin vormaxum. Let's go! Ja, Bro. Nein, alles gut, Bro. Er labert einen Müll, wir sind gleichzeitig, Digga. Ich bin vormaxum, Bro. Da wollte ich sogar wieder zum Torhüter überfahren, hat es nicht geschafft. Er hat Zeit verloren, er hat Zeit verloren, wichtige Zeit. Ist egal, ist egal, Bro, ist egal. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Ist egal, Bro. Ich bin übelst nach unten geschallert worden. Ey, es ist so ausglichen, es ist so ausglichen. Ich habe ARMY eingeholt. Ja, richtig, wie wird er zu Glück, er hat zu Glück, Stani ist so schlecht und hat nur Glück, der ekelhaft genug. Oh mein Gott, und Punkt abgegeben, wichtig, Ausgleich, Ausgleich. Bro, ich habe ARMY eingeholt, ARMY eingeholt. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Alles easy, Max, alles easy. Stani macht das hier, weil ARMY sagt, er ist schneller wie ich. Ich bin auch schneller zu, du hast deinem Boss gekommen. Schnell, 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 schnell. Digga, laberlich, ich bin gerade fünf Kilometer runtergeflogen. Also für 20 Jahre bist du der schlechteste Guitar YouTuber, den ich je kennengelernt habe. ARMY, Aura, also ich habe dich gerade überrundet. Was sagt der da über dich, Stani? Hey, ich war der Allererste seit Anfang an. Max, ich mache den nächsten. Wichtig, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vor allem, es kann halt jetzt auch echt sein, weil wir nicht wissen, wann die Zeit vorbei ist, dass einfach der nächste Punkt jetzt entscheidet. Safe, safe, safe. Und ARMY war zehn Minuten ohne Rund. Next Point entscheidet. Was für zehn Minuten? Voll, ja. Also, dass du Mathe nicht drauf hast, war ja schon immer klar. Oh, ja, wichtig. Stani werden eingesammelt, sehr gut. Sehr gut, Stani, beende. Auf gesagt. Beende das Ding. Ich bin jetzt auch lecker. Was ist, wenn die Zeit immer noch da ist? Ich weiß noch gar nicht, wann die Zeit vorbei ist. Ja, aber ich sage ehrlich, mein Gefühl sagt mir, das ist ähnlich wie letztes Mal. Die Zeit muss bald vorbei sein. Nein, 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 ich bin auch im Van drin, Alter, wer ist vor mir da? Die Zeit muss bald vorbei sein. Man sieht nicht meine Zeit. Ja, man sieht die nicht, man weiß nicht. Deswegen ist am Anfang, waren wir schlechter als jetzt. Nein, ich werde... Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Max, ich werde nochmal hochschlafen. Ich werde nochmal hochschlafen. Okay, 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 okay. Ich habe das komplett drin. Oh nein, Armin hat auch einen Van abgeliefert. Es ist wieder, es ist wieder ausgeglichen. Oh mein Gott. Ist das crazy. Ja, aber wo bist du denn, Max? Bro, ich bin runtergeschleudert worden gerade. Oh Mann, warte mal. Ja, Jungs, wie sieht es denn aus? Wo seid ihr? Wo seid ihr meine kleinen Freunde? Nein, 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 nein. Ey, was ist das? OG-Einbrüche und so. Was ist das? Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Der nächste Punkt könnte jetzt hier alles entscheiden, Leute. Weil die Zeit halt auch einfach bald abläuft. Oh mein Gott. Wer ist hinter mir? Hat das jemand gesehen? Oh mein Gott, ich habe mich auch angeregt. Es läuft gerade, es läuft gerade, es läuft gerade. Ich mache Meta, ich mache wichtige Meter. Wichtige Meter. Max, ich komme gleich auch hoch. Ich bin hinter Armin. Die Zeit wird zwar knapp, aber Jungs, die Zeit reicht nicht mehr für euch. Nein, 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 Leute. Armin darf das Ding nicht da oben abliefern. Bro, ich mache so Auge, ich mache so Auge, dass er noch getroffen wird. Komm, 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 auseinandergenommen worden. Max ist weg, Max ist weg. Oh mein Gott, der wurde noch mal getetet. Nein, 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 nein Du hast mich über den Haufen gefahren. Nein, hab ich nicht. Doch. Nicht bei mir, Bro. Hast du jetzt gerade noch einen gekillt da oben? Ja, nee. Er hat dich getötet. Wie hast du Amir getötet? Amir hast du gekillt? Nein. Doch, sonst hättet ihr zwei Punkte abgeben und ist ja gleich auf, also einen muss er gekillt haben. Amir ist doch hier. Ich bin gleich wieder oben, Max. Ich bin gleich wieder oben. Wie schon wieder oben? Amir fahr durch. Ich war einfach durchgefahren. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Das ist ein Willkommen von Kopfding jetzt. Die letzten 3 Minuten. Max, ich bin wieder oben. Ich bin wieder oben, Max. Ja, hey, die sind aber einen Punkt vorne. Die sind einen Punkt vorne. Das Ding ist. Ja. Oh, du bin ich, Jungs. Ey, nein. Wie knapp war das gewesen, Leute? Ey, nein. 1.000 Euro für Russik und Amir. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. AC- 1.000 Euro für Russik, Frieden uld白